Hey Leute, ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir spielen heute mal ein bisschen Bad was mit euch. Dabei ist heute der liebe Alpha-Typ. Hallo? Hi! Oh ne, nicht schon wieder. Hallo! Ja, herzlich willkommen. Atta, Atta. Ich dachte, weil ich, äh, ich mach hier einen kleinen Show draus. Ähm, Microfile was? Wir sehen uns, wenn's losgeht. Hab dich gesehen? Seh ich! Achso, äh, ja. Ach, nicht, ich hab mich, ich wollte mich ins Bett legen. Ähm, muss noch was sagen. Was? Ah, hallo, Derek! Wow! Alles muss man selber machen. Sorry, Leute. Äh, Wolkenblock? Kann man Wolkenblock zerstören? Ist das ein anderer Server? Doch, kann man. Gibt's hier. Ja, aber das ist teuer. Na, nee, der ist voll billig. Ich mach hier Endstone. Wie immer. Ja, Leute. Ich mach's zu, zu. Hast du auch schon ein Song hier geschätzt? Soll ich noch ein bisschen mehr zu machen? Naja, mach ruhig. Nimm Eisenblöcke. Ich geh in die Mitte. Ich geh mal, ich nehm's erst mal ein bisschen. Achtung, es kann sein, dass gleich jemand kommt. Äh, sagt mal, kommt jemand. Achtung, klar, kommt gleich. Achtung, klar, kommt gleich. Äh, was? Wir sind von Lünden gefallen? Äh, ich hab auch noch, dass die EPS das ist. Sorry. Achtung, Achtung, geht der hier. Äh, warte fuck. What the fuck? Ja, genau, komm. Äh, what the fuck ist das für ne Range? Achtung, ist... Ha! Wir töten ihn. Wir erschlagen ihn lieber als... Ähm, Eisenblöcke haben. Achso, hier. Ich hab schon. Ich kann drei machen. Ähm, wie soll ich dich verteilen? Einfach einmal ums Bett rum. Äh, Achtung. Achtung. Fuck, äh... Vielleicht danke. Er auch. Ich auch, aber scheiß drauf. Ich hab euch hier essen. What? Ich hab mir kurz essen. Ich hab Chaplin getötet. Ich habeln getötet. Ich hab' ichelten getötet! Yayyyy! Warum gehen jetzt eigentlich spannend auf uns...? keine Ahnung. Weil ich gut bin? Haahem. Leute, das war ironie. Nein, das ist ein schlecht. Leute, das war ironie. Nein! Nein! Bis denn, das waricional! Bis denn in Walter? Nein, das war rein. Boa, nicht. In mm? Naja, ich hab grad verschlagen wollen! Ah Energy. Geht nicht. mit sonst wird es gut was noch mehr ich brauche zum Gold ach was denkst du was ich versuche zu holen Diamanten wie so Leute wenn man jetzt wird gerade etwas bisschen gebrummt hat das war mein Handy das auf meinem Tisch liegt ich hab 6 Gold ich wollte vielleicht mal der Rüstung naja ich hoffe es wird das war zu mir kommen in die Mitte nein ich muss meine Welt verteidigen aber ich kann jederzeit untergeschlagen werden dann kommen wir zurück und zeigen wir zum starkes Mädchen bist die nicht hier weil ich es mir ja den Bogen holen oder soll ich du kennst mich ja ich will Prozent so höre ich hier steht das bin ich Prozent ich hab drei Gold die das reicht nicht für ein Fall ja die Goldaffel nein was mich in Goldaffel keine Angst Prozent Prozent schauen was könnte man gut ist wert das zu tun Prozent gute Blöcke er Kosten der Kosten Kosten ganz gut Lobster und Pärktar ist hast du nennt ich hatte überhaupt auf dem Bogen sonst hätte ich jetzt ich muss so ich habe manchmal Angst um dich nein nein Leute jetzt bitte nicht paarschippen ich habe echt Angst manchmal dass manche Leute auf solche Ideen kommen äh nutze Info wir kennen uns einfach nur mehr auch nicht ja und das nicht mal wirklich besonders gut eigentlich eigentlich nicht mal besonders gut aber trotzdem viel kannst du ja mal gute Rüstungen machen was brauchst du für eine Rüstung äh beste Rüstung es gibt sorry kann ich leider noch nicht bringen aber ich bin hier was gut ist wenn die nicht Blöcke ich bin die Blöcke als Rüstung sieben gibt's Gold Rüstung also ich meine für Gold Rüstung okay er was willst du für gut wenn es goldene geht dann wollen das eben dass du mit Federball hat der Schützer unserer Welt ist und der Staat er hat man sie gibt es braucht jetzt in dem Fall nicht aber ich habe mir mehr eisen müssen wenn du willst kannst du ja mal zurückkommen dann kann ich dir die Dings geben oder ausmachen die Kiste das soll ich viel einfacher hier sind die Buss Jago 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 hier unten werden die Rüstung noch nicht vollständig super aber ich arbeite gerade noch am Eisen ich arbeite nämlich an der besseren Brustplatte für dich hier drinnen sind schon mal hier drinnen das schon mal denkt ich war noch ein Eisen und dann hast du die beste Brustplatte die ich kenne die ich kann die die ja gut ich habe einen mit Gold runtergeschlagen und er geschubst super so äh so sieben hier noch die bessere Brustplatte noch die beste Brustplatte wo bist du? in der Mitte ach das bist du ne das bist nicht du teurer in der Mitte bin ich außerhalb bye bye okay ich bin drinnen gut äh egal ich habe zum Glück ein bisschen Essen für mich da oh Alter du erschreckst mich mehr als blau das kann ich dir sagen ich habe gesagt komm 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 her Bubi hey das sind wir wenn es die Aufnahme nicht läuft laufen würde ja ich habe noch gemacht ja ich gehe Gold wollen ich habe drei Gold hier und drei Eisen ne 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 unser 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 ist gut bewahrt ein ich bin eigentlich hab ich hab ich hab ich ja schon es ist egal ich tüte ich habe mich kurz mal zu den ich habe gerade ich mache gerade ich mache gerade ist tot wie lebt wir sind als System noch ein Bett hat hey ich habe es gerade eine volle Wand voll Eisen mit die zwei Blöcke hoch ist schau dir das an er ja das nenne ich mal Post Welt Post Battle ich bin in der Bogen holen macht das mit auch ein Bogen ist schon gut es ist schon noch irgendwie hoch in die Mitte kommen nicht ich er habe ich nur noch Prozent 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 das überhaupt was zu können du brauchst was nicht zu essen weil du sehr schnell stirbt wir hoffen man nicht dass wir in der Mitte zu sterben er hat es wäre ein bisschen doof ja Leute das war es für böse wenn die Welt hat sein Essen okay nicht weil ich nur weil ich mir ein bisschen weil ich weil ich jetzt im ersten Mal was ist und das hat man nicht um so wenn du mir fünf Gold für ein gutes Schwert geben könntest wäre geil ich habe zwei Seiten unter Beschuss echt ja bist du das da oben da oben wo baut ja ja ok ah ich hab kein Objektiv drin die äh ja Alter die Aufnahme geht jetzt schon in elf Minuten äh muss Grün hat zwei Hits von mir kassiert gut ei soll ich noch was Silber verschwenden die einfach in die Mitte holen Gold nein die Mitte holen Gold Mama Jogi dir kann nichts passieren ich habe beide Seiten unter Beschuss hopp Leute ihr kennt mich ich mag das ich mag das nicht wie komme ich jetzt da runter da rechts ist ein kleiner Weg da aber da sterbe ich nachher ich bin nicht da da wo da gefunden gut hab ich ja in der Mitte ja 8 Gold kann ich noch weiter runter und gibt hier noch mehr Gold als der ok ich geh zurück ist das überhaupt unser Haus ja ist das ja Leute ich bin das beste was du dir holen kannst also beste ich hole mir das beste was mir je passiert ist ne super fast Bogen ok dann kommt gleich zu mir in die Mitte ja soll ich mir einen Bogen machen mit Stärke 1 und endlich 2 oder soll ich versuchen in die Mitte zu kommen und dort zu töten ich ich geh einfach in die Mitte wieder und zeig dem Typen wer der Boss ist nicht nicht aber er versucht es ok ich bin tot fast ich blau und grün gehen in die Mitte ja ich geh wieder aber nein 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 bleib zuhause bleib zuhause nein 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 ich bin tot sag ich doch scheiße back 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 ich mag nicht ich kann scheiße das ist lame Achtung Das ist echt krank das ist echt krank die wusstest du dass das so was passiert ist Spawn rapping ja aber das haben alle gemacht Spawn rapping ja ganz ruhig einfach ganz ruhig ganz ruhig